hey leute was geht ab ihr fragt euch bestimmt seit dass ich seit paar wochen keine videos mehr mache ich bin einfach unaktiv geworden auf dem kanal also habe es seit drei vier wochen fast vier woche also auf jeden fall drei wochen nichts mehr hochgeladen und mich haben auch schon so viele gefragt so was los ist warum keine neue videos mehr kommen und ja leute es geht mir gut also muss doch keine sorge machen es hat was mit was ganz anderem zu tun ich habe zurzeit einfach keine lust mehr so darauf so weiß wisst ihr wie ich meine das mit youtube so videos machen die schneider hochladen blau auf instagram auch weniger aktiv geworden ich habe einfach auch zurzeit so keine lust mehr so es macht halt nämlich so arg spaß wie damals vor ein paar jahren na klar es macht immer noch so ein bisschen spaß wenn man halt immer wieder so gute nachrichten bekommt also positive nachricht das tut einen motivierend dazu das weiter zu machen aber und ich habe auch keine ideen mehr so was für videos ich machen kann so auf was ihr lust habt auch wenn es mir jetzt leid tut als ich das so sage trotzdem bleibt der kanal hier stehen meine videos auch ihr könnt trotzdem alle videos anschauen ich werde halt ich weiß nicht vielleicht kommt mal wieder die zeit wo ich aktiver werde mehr videos wieder hochladen wenn ihr mich halt motiviert mehr dazu wisst ihr wie ich meine dann macht es auch mehr spaß das so zu machen es war halt ein kleines update wieder jetzt dass ihr bescheid wisst das alles okay mit mir ist also ich bin glücklich alles giesst das fröhlich es hat nichts damit zu tun mehr geht es gut aber ich habe zurzeit keine lust mehr so auf videos und ja und habe keine ideen auch mehr so auf jeden fall es war jetzt update irgendwann mal kommen wir mal wieder videos weil ich mal wieder motivierter bin und bis zum nächsten video leid irgendwann mal tut mir leid